Musik Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Katharinen-Warktmeister und die Stadt Steinau haben heute zum dritten Mal zum Abend der Gastreundschaft eingeladen. Wir freuen uns, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind. Besonders begrüßen möchte ich nun folgende Gäste. Bewohner von Hufreit, die Flüchtlingsfamilien von Ulmbach und Steinau sowie Bewohner von Schlosshausen. Willkommen heute Abend. Vielen Dank an Sie beide, Herr Frau Lathmann, Herr Bürgermeister, dass wir auch in diesem Jahr wieder den Abend der Gastfreundschaft hier in der Katharinenkirche sowie drüben in der Markthalle im Rathaus durchführen dürfen. Herzlichen Dank. Der große Chor der Katharinen-Marktmeister, einen kurzen Auftritt hier haben. Ich bitte nun die Gäste der unterschiedlichen Herkunftsländer hier zu mir auf die Bühne. Sie werden nun ihre Familien und Landsleute in den leberlichen Straßen begrüßen. Vielen Dank. Also die erste Sprache war Ahamarisch, das wird in Äthiopien gesprochen. Zweite Sprache von der jungen Dame eben war Tigrinia, was in Eritrea gesprochen. Herzlich willkommen. Ich spreche Perzisch. Ich wünsche Ihnen einen guten und schönen guten und schönen guten und schönen guten und schönen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. 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 Wir haben heute Abend, ich bin ganz stolz darauf, eine ganze Menge Menschen aus Schlüchtern und Steiner und Ulmbach und Wächtersbach hierher verfrachtet. Ich muss sagen, das war echt ein Transportthema. Ja, wir sind hier, wir verstehen wenig jetzt von was wir hier sagen, ja, aber sie sind ganz, glauben Sie mir, ganz stolz, dass sie hier dabei sein dürfen. Das ist etwas ganz, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für diese Menschen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für diese Menschen solcher Abend. Und deshalb bin ich Ihnen auch so dankbar und deshalb bin ich Ihnen auch so dankbar, dass Sie dieses Programm gestalten oder angeboten haben. Ja, wie gesagt, er war ein Elektro-Ingenieur, hat in der Wasserwirtschaft gearbeitet und ja, er ist ein Mensch, der voll im Berufsleben stand. Ja, selbstverständlich würde er gerne in diesem Beruf weiterarbeiten, wenn er Deutsch gelernt hat. Und es ist wirklich ein Skandal, meines Erachtens, dass ein Deutschunterricht für diese Menschen erst angeboten wird, wenn sie ihre Papiere haben. Hallo, meine Damen und Herren, ich bin ein kurdischer Mann, mein Name ist Jean, ich will auch eine kurdische Song singen. Applaus 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 Ich bin anders als du, bin ich anders als er, ich anders als sie. Sie ist anders als er, ich anders als du, bin ich anders als ich. Applaus Ablaus Applaus Applaus Innovation hat viel mit dem Gefühl von Respekt und Anerkennung zu tun. Hier kommt das allem darauf an, wie wir über Innovation sprechen und über Menschen mit Migrationshintergrund. sprechen. Ein Fleißdorn kann eine Deutschschuss bieten oder so ein Abend wie heute, wo Sie herzlich gekommen sind. Ein kleiner Hinweis, in dem Sie haben eben auch die Religion und die Lehre unserer Religion angestellt. Wir sind weltanschaulich überkreisend. Verschiedene Weltanschauungen, verschiedene Konfessionen und Religionen trotzdem endlich aus dem christlichen Einsatz hier in den Raum stellen. Die, die Weihnachtsgeschichte kennen, die wissen, dass Jesus, wenn er in heutigen Zeiten auf der Flucht gewesen wäre, wahrscheinlich in das Nachbarland hineingekommen wäre. Sie können ja mal nachlesen, wie das war. Danke schön. Musik 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, wir danken auch eben der Schülerin für das gehörte Gedicht jetzt am Ende, heute Abend. Und wir danken natürlich auch unseren Referenten, die heute Abend hierhergekommen sind, Frau Rand, Klaas Röhm. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende und wechseln die Lokalitäten, das heißt, wir laden Sie alle ein in die Markthalle vom Rathaus. Dort ist etwas aufgebaut zum Essen und zum Trinken und wir möchten gerne mit Ihnen noch etwas zusammen sein. Wir sind am Ende. 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 Untertitelung. BR 2018